Hallo zusammen, mein Name ist Bene Müller, ich bin Vorstand bei Solarkomplex. Ich stehe hier gerade vor Buchkräuter in Singen und habe Gutscheine über 2.500 Euro abgeholt. Warum machen wir das? Zum einen wollen wir uns bei den Mitarbeitern von Solarkomplex bedanken. Wir haben ein gutes Geschäftsjahr hinter uns und das ist immer das Verdienst aller Mitarbeiter zusammen. Zum zweiten möchte ich, dass keine Langeweile über Ostern entsteht. Das heißt, die Mitarbeiter können sich vor den Ostertagen hier noch ein gutes Buch abholen. Ich denke, ein gutes Buch schadet nie, weder in der Krise noch außerhalb der Krise. Zum dritten möchten wir den lokalen Einzelhandel unterstützen. Ich denke, das ist im Moment eine sehr wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Denn sonst werden wir in einem Monat uns erstaunt die Augen reiben, warum die Innenstädte verwaist sind. Und da sind Gutscheine einfach ein sehr gutes Mittel, um die Umsätze aus der Zukunft jetzt nach vorne zu holen, in die Gegenwart. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Umsätze im Einzelhandel. Deswegen machen wir das. Meere fliegen in einer Klappe. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht andere Firmen aus der Region Ähnliches auch umsetzen.